Das sind die 5 besten Länder für Ihren Ruhestand. Wollen Sie Ihren Ruhestand wie mehrere hunderttausend Deutsche im Ausland verbringen? Behilflich kann eine Liste von Ländern sein, die sich dafür besonders gut eignen sollen. Diese wird jährlich vom US-Reisemagazin International Living veröffentlicht und basiert auf Daten von Expatts, d.h. Auswanderern, sowie Faktoren wie Lebenshaltungskosten, Klima- und Gesundheitssystem. Fünfter Platz. Costa Rica in Mittelamerika. Über 10% der mehr als 5 Millionen Einwohner seien Auswanderer. Zudem seien neben dem tropischen Klima auch die Lebenshaltungs- und Gesundheitskosten niedrig. Vierter Platz. Ecuador in Südamerika. Das 18-Millionen-Einwohner-Land mit seiner Landschaft aus Amazonas-Dschungel, Andenhochland und Galapagos-Inseln punkte mit äußerst günstigen Lebenshaltungskosten. Dritter Platz. Panama in Mittelamerika. Das Land mit seinen 4,4 Millionen Einwohnern gilt als politisch und wirtschaftlich stabil. Berge, Küsten-Tiefland und Inseln prägen die üppige, grüne Landschaft des reichen Küstenstaates. Zweiter Platz. Mexiko in Nordamerika. Nicht nur Strände, Berge, Wüsten und Urwälder seien in dem 127-Millionen-Einwohner-Land zu finden, sondern auch gute Verkehrsanbindungen und niedrige Lebenshaltungskosten. Erster Platz. Portugal in Europa. Mit einem hohen Maß an Sicherheit, einem hervorragenden Gesundheitssystem und einem milden Klima steht das Allrounder-Land mit seinen über 10 Millionen Einwohnern auf Platz 1.